damit sind wir auch in der neuen folge ich habe jetzt wieder nicht aufgepasst wie gesagt für mich noch gleiche session für euch neue aufnahme nicht überlegen lassen wir uns hier nieder lassen uns hier nicht nieder auf der einen seite sieht es schon geil aus auf der anderen seite naja wir haben hier richtig grüne flächen ein paar bäume haben wir im inventar die wir uns hier anleiern könnten aber ist wirklich nichts in der nähe dorfmäßig was weiß ich nicht was erkunden wir noch ein bisschen vielleicht haben wir ja glück für die donnerwas hier auf der insel oder aber es ist wirklich eine insel wo man nichts irgendwie drauf ist was ich nicht hoffen will was ich ehrlich nicht hoffen will aber ich mich redet das immer noch ein bisschen auf mit soundcloud wie gesagt ich kann verstehen dass die alle geld verdienen wollen und so weiter und so weiter aber das ist nach jedem song titel musik gespielt also werbung eingeblendet wird finde ich schon richtig krass irgendwie auch so ein reißender fluss der insel also viel geht hier haben wir hier auf jeden fall da war kellux frostys der tiger den jedem mann etwas weckt was auch nicht wusste was er an bord hat ich weiß nicht ob ich sich hier was generieren sollte oder es bewusst so ist irgendwie einfach sehr komisch das ganze trotzdem würde ich da oben das noch erkunden und zu wissen was hier allgemein auf der insel ist ein paar kleine bäumchen das ist ja wann mehr sich auf jeden fall aufgebaut aber das war es ja auch also das hier der teil der insel hier oben wird nichts mehr sein also der rumtänzelte baum hier also die enden sind auf jeden fall gut hier vertreten die sorgen dafür ja praktisch auch dass hier bäume wachsen und so weiter und so weiter oder die blumenmeere entstehen oder pilze und hast du dich gesehen die hat mir ja schon gut vertreten oh la la ok da kommt mal das kies wieder nice kann man das hier rein tun rennen wir mal ein bisschen über die insel ist ein bisschen komisch wenn man da die ganze zeit ohne musik dann umher rennt weil man ja auch nicht immer weiß was man denn von sich geben soll erzählen soll was weiß ich nicht was aber wie gesagt ich bin da nicht gewillt 9,99 im monat auszugeben wir haben jetzt songify oder soundcloud da weiter nutzen zu dürfen also ohne werbung weiter nutzen zu dürfen da ist noch mehr kies nice nice also wir haben jetzt schon einiges an eisen kies dann doch zusammen mäh mäh aber so ortschaftmäßig ist hier mal total tote hose irgendwie es wird schon wieder diesig die sonne geht unter ja krass ja ich weiß nicht ob ich mich niederlassen soll oder nicht vor oder später müssen wir uns irgendwo niederlassen keine frage ich würde schon einen ort haben der mir so von anfang an irgendwie krass zusagt naja wo man sagt wow musst du wenig wie möglich machen hast du richtig geile fläche hier zum bebauen wäre schon cool das ist ich habe bisher noch nicht den wow effekt gehabt bin ich ganz ehrlich wo ist mein bett wo ist mein bett wo ist mein bett das sind wolken scheiße ach komm schon wolle wolle schwarze wolle weiße wolle ach Mine schlaf 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 und Puh, so. Krasser Scheiß. So ein Dreck. Da kann man das noch rüber tun. Immer so weit hier alles frei. Hier haben wir noch ein bisschen Leder. Heisenkies. Dann kommen wir mal hinter voran. So. Wie gesagt, wir müssen uns später irgendwo niederlassen. Ich weiß bloß noch nicht wo. Habe keine Ahnung. Nee, aber mal eine andere Frage. Kennt ihr noch irgendwie Musikseiten für lizenzfreie Musik, die man so für Let's Plays benutzen kann. Irgendwie. Ich glaube, keine Werbung gespielt wird. Und so weiter und so weiter. Guck mal, wir haben ein bisschen Sargut wieder für unsere Schöne Schrauben. Was haben wir denn hier für eine Kiste? Guck mal, Spiegel verkehrt. Eisenbahnen, Gummistiefe, ja, brauche ich nicht. Das Brot kann ich mitnehmen. Oh, das war's schon. Nur die zwei Häuser? Wow. Echt mit mehr gerechnet. Ja, zwei Dorfbewohner. Ich würde echt überlegen, wo wir uns niederlassen. Ohne Witz. Ich habe keine Ahnung. Ob hier auf der Insel oder doch woanders oder ich weiß es nicht. Wir müssen auf jeden Fall gucken auch, dass wir denn alle Tiere noch an den Start kriegen. Also sprich Schweine, Kühe. Tja, wir haben Safari-Netze. Keine Frage, können wir Safari-Netze machen. Ähm, können wir dann auch benutzen, aber nur gut. Wie hieß es, sind, denke ich mal, Schweine und Kühe? Für Hot Dogs und Burger. Ja, wobei, Sojabohnen, wenn man eine Sojabohnenpresse hat. Ach ja, stimmt, dafür braucht man das Salz. Okay, das ist jetzt mal für Cheeseburger. Ich entsinne mich. Ich entsinne mich. Da brauchen wir nicht unbedingt Fleisch, aber... Massig Sojabohnen. Wie war das? Zwei Pressen oder drei Pressen übereinander. Mit Trichterprinzip, Kisten, Tetra, Trulala und so weiter und so weiter. Eisenkies haben wir. Hier ist noch mehr Eisenkies. Lecker mio. Ich brauche es jetzt bewusst mit der Steinschaufel ab. Ich wollte es sagen, irgendwo muss noch ein sein. Ein Baby. Wildschwein. Die Dingens. Der Wominster. Wildschwein. So viele Landschaft haben wir hier auch. Schafe en masse. So, Freunde, ich werde mich jetzt mal irgendwo ganz weit oben hinstellen. Und dann würde ich sagen, soll es diese Aufnahmesession auch mal wieder das erste gewesen sein. Wie gesagt, ich habe halt morgen die Schulung. Also für euch halt ist es dann schon vorbei. Wir werden mal gucken, dass ich gegen Abend noch irgendwo entweder selbst aufnehme oder irgendwo mitspiele. Donnerstag werde ich versuchen, Stream und Aufnahmen zugleich zu machen. Will aber nichts versprechen. Aber auf jeden Fall denke ich mal irgendwie Aufnahmen ansonsten irgendwo anders mitspielen, dass man da ein bisschen was zusammenbekommt. Ja, ich bin echt im Überblick, mich hier irgendwo niederzulassen. Ich muss so die Stelle wieder finden. Wo wir gewesen sind. Wir haben jetzt hier diese ganze Insel. Was heißt ganze Insel? Wir haben schon den großen Teil jetzt hier. Ja, brille mir doch ins Ohr. Was ist denn mit dir, du Drexer? Komm her. Du bist direkt auf die Nase. Durchforstet, uns angeguckt. Ja. Aber ich bin dafür, uns irgendwo hier auf der Insel vielleicht niederzulassen. Oder wir gehen beim nächsten Mal noch ein bisschen weiter. Ich weiß es noch nicht. Lassen wir uns überraschen. Ich möchte gucken, dass ich da irgendwie hochkomme. Weißt du was? Ich habe doch hier noch ein bisschen Erde. Hier können wir hoch. Hier können wir hoch. Da bauen wir uns hoch. Ah, guck mal hier. Man macht sich Kühe und so weiter. Schon nice. Also Kühe haben wir auf jeden Fall schon mal hier. Das ist schon mal gut zu wissen. Hier ist auch nur 10 FPS. 8 FPS. Wow, das geht gerade mega in den Keller, liebe Freunde. Ich denke mal, dass sich im Hintergrund gerade der Mega-Wald dann auch aufbaut. Den wir da haben. Oh, das gerade einfach zu viel ist, was das Rennen angeht. Ich habe keine Ahnung. 6 FPS. 5 FPS. So, jetzt sind wir wieder bei 22. Das ist schon mal ein bisschen besser. Aber auch noch nicht perfekt. Aber Freunde, wir locken an dieser Stelle aus. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Vergesst bitte nicht, die Folgen zu bewerten. Und wenn negativ, also einen Daumen nach unten, dann sag mir, wie es ist, warum, weshalb. Und nicht einfach nur sagen, ey, red mal lauter, man versteht dich kaum. Ich bin immer der, der am lautesten redet. Und damit bin ich einfach raus. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.